Hier im Heinz-Steier-Stadion, Dresdner SC gegen den SC Borussia Dresden. Ein besseren Eif, wie ihr fragt, kann es nicht geben. Schiedsrichter der Partie Gunnar Starry und seine beiden Assistenten Robert Finster und Holger Papstow. SC ist der Partie Gunnar Starry. Glockenläuten Jetzt gibt es eine Ecke. Es ist ein Sieg, der Späser-Sport-Klub-D! Es ist ein Sieg, der Späser-Sport-Klub-D! Es ist ein Sieg, der Späser-Sport-Klub-D! Der Späser-Sport-Klub-D! Der Späser-Sport-Klub-D! Der Späser-Sport-Klub-D! Der Späser-Sport-Klub-D! Achtung! Das ging ein! Ja! Das ging ein! Ja! Nein! Das ging ein! Das ging ein! Das ging ein! Christi usä Was? Oh, man. 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 Ja! Applaus 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 Applaus